Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei YouTubers Live. Events wurden im Kalender meines Smartphones gespeichert. Wenn ich an einem Event teilnehmen wollte, muss ich bloß die App öffnen und meine Teilnahme bestätigen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Nimm dein Smartphone. Was dürfte das sein? Öffne den Kalender, hier. Gib den Tag der Veranstaltung ein. Ähm, das hier, ne? Kost 50. Uuuuh. Uuuuh. Aber wäre ja mal sinnvoll hinzugehen, oder? So, Veranstaltung besuchen. Schließe das Smartphone. So. Hinweise. Defekter PC. Ja, das kennen wir ja schon. Freunde. Ähm. Es war sehr wichtig, meine Teilnahme per App zu bestätigen, denn sonst hätte man mir den Zutritt verweigert. Alles klar. Also, das haben wir. Ich möchte jetzt alleine sein, bitte störe mich nicht. Alles klar, mach ich. Ähm. Wir sind Level 3. Es ist der 1. Februar. Wir könnten ja eigentlich mal lernen gehen, oder? Das ist, glaube ich, viel komplizierter, das Spiel. Ja, Mama will irgendwas von mir. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Klatsch oder so, weil ich nur eine 2 geschrieben habe. Kann ja sein. Das ist die Nacht vom 1. auf den 2. Februar. Kann das sein? 50 Liebespunkte. Du hast eine 2. Ist ziemlich gut. Freu mich über deine Note. Hier hast du 25. Mach weiter so. Ja, sehr gerne. Ähm. Ich müsste mal eben eine Kleinigkeit essen. Und, ähm. Ich muss ja auch, ne? Ein Gameplay machen hier, siehst du? Und die Messe darf ich auch nicht vergessen. Was waren die? Oh, ha, oh, ha. Ich habe aber viel zu tun, oder? Das muss ich aber mal sagen. So, komm, ein bisschen ausruhen. Und dann machen wir einen schnellen Let's Play. Hier. Neues Gaming-Video. Was soll ich denn, äh... Das hier soll ich aufnehmen, ne? Gameplay. Alles klar, mache ich. Wähle Filter und Ausrichtung. Ich habe ja nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten hier, die ich machen kann, ne? Hm. Weiter. Dann nehmen wir das mal auf. Ich drehe mich mal rum. So. Formelle Begrüßung. Hm. Lustiger Kommentar. Wir sind ja von der lustigen Truppe, weißt du? So, mal gucken, wie das ankommt. Oh, das scheint aber sehr gut zusammenzupassen, oder? So. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Jetzt bauen wir dann den Titel ein. Wir müssen gleich mal in den Kommentaren. Gibt es hier auch Kommentare, die ich lesen kann? Neuer Rekord. Okay. Wir laden das mal hoch, weil dann hätten wir ja vielleicht einen Auftrag erfüllt. Wie geht es uns insgesamt? Na, dann gehen wir gleich wieder lernen. Aber wir müssen besser werden. Das geht nicht. Du kannst nicht dummer YouTuber werden. Ne, ne, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Hm, hm. Wir wollen intelligent sein. So, wir moderieren mal Kommentare. So, wir müssen vielleicht auch nochmal lernen. Bitte was? Ich war doch gerade erst. Wie oft muss ich denn in diese scheiß Schule? Das ist ja wohl unglaublich, oder? Na, ihr werdet euch das schon. Ich leg mich hin. Hm, hm. Was hat sie jetzt? Kriege ich den nächsten Meckerecker? Reden. Danke, dass du das Video hochgelassen hast, Fussel. Ich werde all meinen Freunden erzählen, wie gut du da drin bist. Sehr gerne. So, komm, gehen wir lernen. Na, hier bald, 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 bald. Zurück in die Schule. Wann war denn diese komische Messe jetzt? Ich will den Blick da hier nicht durch. So, essen. In einem Tag, elf Stunden. Komm, wir gehen mal schnell, damit wir hier diesen Punkt noch abgearbeitet kriegen. Vielleicht hat Mutti uns ja dann wieder lieb und sagt, du bist ja ein ganz intelligentes, weißt du? 5. Februar. Ich will ja auch nicht, also, ne? Komm, wir müssen, wir müssen produzieren. Ich glaube, die können wir fast schon verkaufen, oder? Komm, dann machen wir ein Gameplay raus. Du willst ja keine 21 Stunden brauchen, oder? Da kann ich noch nicht viel dran machen. Weiter geht's. Mal gucken, ob wir es wieder perfekt hinkriegen. Formelle Begrüßung. Die haben wir ja noch nicht so wahnsinnig viel. Lustiger Kommentar. Wir machen einen auch witzig, ne? Kennt mich ja. Lustige Kritik. Ach, hier ist das. Alles klar. Jetzt habe ich das auch. Ja, das sieht wieder anders aus. Ich weiß es nicht. Aber das können wir... Machen wir so. Und Titel rein und rendern. Oh, Interesse ist gestiegen. Hochladen. Sehr gerne. In vier Stunden muss ich zum Event. Los, geh aufs Event. Was wir anziehen? Äh... Ja, ja, hier kommen. Zum Event gehen. So gehen wir. Wir sehen halt aus wie Punzi. Können wir da vloggen? Bin ja ernstig spannend. Errungenschaft freigeschaltet. Sie besuchen die Games World. Ähm... Hallo, ich heiße Erik. Ich bin der Vertreter von Saga. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft zusammenarbeiten. Ja, das hoffe ich auch. Wer bist du? Wer ist denn das? Hi, Fussel. Ich hoffe, uns erwartet eine lange erfolgreiche Partnerschaft. Ja, das hoffe ich auch. Rebecca, was? Du hast Firewalls, Triple Strike noch nicht gespielt? Nee. Wie geht das alles? Also hier kann ich nichts machen. Fertig. Wer ist das? Profil ansehen? Isaak, Level 10, Scripting, Videobearbeitung, Sound. Nee. Äh... Äh... Keine Ahnung. Nichts davon würde ich machen. Kannst du dir vorstellen, in meinem Anwesen im All zu wohnen? Das könnte aber nur ein paar Auserwählte. Eines Tages vielleicht. Aber ich weiß ja gar nicht, was das kostet. Ich gehe da jetzt mal hin. Willst du einige exklusive Produkte bekommen? Ja, grundsätzlich ja. Erreiche bei einem der Spiele eine Punktzahl von 1000. Okay. Wer ist das hier? Isaias. Blablabla, 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 Blablabla. Profil ansehen. Wer ist das? Freddy, Level 9. Über Ruhm reden. Mit Freddy kann man über Ruhm reden. Kann man nicht über Ruhm reden. Wer bist du? Der Lukas. Über Ruhm reden. Wer auch immer Ruhm ist. Wer war Ruhm? Wir quatschen, wir quatschen, wir quatschen. Können wir denn nicht irgendwas noch hier aufnehmen? Karten habe ich. Kanal, Finanzen, Mission, Talente, Profil ansehen. Wer bist du? Aber du kannst gar nichts. Komm, rede ich mit dir über Mode. Ich habe keine Ahnung von Mode, ist nicht mein Ding. Willst du nicht? Alles klar. Was ist denn, wenn wir über Musik reden? Auch nicht. Über Aru? Ja, guck mal. Dass die auch angepisst sein können. Profil ansehen. Wer ist das? Level 8. Fremder Lifestyle YouTuber. Mal gucken, ob wir was treffen. Ja, guck. Ich hätte ein bisschen... Na? Profil ansehen. Mode, Romantika. Ich hoffe, ich lenke dich nicht ab. Ging ein bisschen runter. Wer bist du? Musik. Ich lenke dich doch nicht ab von Mario, oder? Kann ich auch mit mehreren reden? Wer ist das? Mode-Youtuberin. Komm, wir quatschen alle immer an hier irgendwie. Nee, aber ich kann irgendwie nicht... Oh Gott, muss ich jetzt hier spielen? Press any button to start. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Zeit für dich habe, aber ich muss mich mit vielen Leuten unterhalten. Aber es hat sich sehr gefreut. Ja, alles klar. Wo ist denn hier der Mauszeiger? Mauszeiger? Hallo? Irgendwie bin ich jetzt gerade im anderen Feld. Irgendwas stimmt hier nicht? Ich komme hier nicht mehr raus? Mein Mauszeiger ist weg. Ja, alles gefixt. Gar kein Problem. Das muss ich mir bestimmt auch noch alles merken, oder? Warum kommt denn das jetzt alles hintereinander weg? Das funktioniert. Wenn schon. Das ist weg. Moment, ich kümmere mich drum Okay, du hast genug, ich gehe jetzt Nein, ich habe nicht genug Hallo Jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger, weil ich hier auf einer Messe war Wer bist du denn?